Musik Mein Name ist Michael Hölscher. Ich habe 32 Jahre für die Firma Porsche gearbeitet, unter anderem als Projektleiter für verschiedene Fremdentwicklungsprojekte. Und da hatte ich das große Glück, das Projekt Audi RS2 leiten zu dürfen. Mein Name ist Ralf Friese. Ich bin bei Audi seit 14 Jahren als Unternehmenshistoriker im Hause. Ursprünglich zuständig für die jüngere Geschichte, inzwischen für alles, was unseren Konzern so umfasst. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich freue mich auf einen regen Gedankenaustausch zu einem Projekt, über das es bei uns leider kaum papiergewordene Unterlagen gibt. Und darauf, dass wir hier zwei Preziosen aus der Sammlung Audi und zwei aus der Sammlung Porsche zeigen können. Ja, erstmal freue ich mich drauf, mit diesem schönen Fahrzeug wirklich einige schöne Fahreindrücke wieder genießen zu dürfen. Denn ich habe das Fahrzeug nun wirklich lange nicht mehr gefahren. Und als zweites freue ich mich da drauf und da drüber, dass wir das Fahrzeug auch heute mal wieder Publikum vorstellen können. Denn man sieht es ja wirklich nicht oft auf der Straße fahren. Musik Ja, also die Leute, die dieses Fahrzeug kennen, die werden natürlich wissen, dass wir hier einen Turbomotor haben. Und dieser Turbomotor macht seinem Namen auch Ehre. Wir haben nämlich ein durchaus erkennbares Turboloch. Und das hat damals, als wir das Fahrzeug rausgebracht haben, die Fachwelt schon polarisiert. Da gab es Leute, die gesagt haben, also das muss alles weggebügelt sein, da darf man nichts mehr spüren von dem Turbolader. Und dann gab es die andere Fraktion, die gesagt haben, hey, da spüre ich jetzt mal die Faust im Rücken. Und ich meine, sagen zu können, dass die Leute, die heute dieses Fahrzeug als Fans noch haben, dass das genau die sind, die das am liebsten spüren. Musik Man hört, dass man nicht in einem normalen Audi sitzt, am ganz sportiven Auftritt, am sehr, sehr knackigen Fahrwerk, am Fahrverhalten, auch am Ansprechverhalten. Herr Hölscher hat es gesagt, es ist ein klassischer Turbo der ganz, ganz alten Schule. Lieben oder hassen, ich habe mich für Lieben entschieden, weil der Moment, wo der richtig Ladedruck aufbaut und dann die Fuhre abgeht, dass man mit dem Schalten fast nicht hinterherkommt, das erinnert schon fast an den seligen Sportquattrohr. Und natürlich, was sehr, sehr viel reinspielt, ist die Musik, die der Fünfzylinder macht. Das ist einzigartig. Und in dem Fall hier ja dank intensiver Überarbeitung von leise säuselnd bis laut brüllend, das haben wir, glaube ich, zwei 60 Millimeter Rohre vom Krümmer weg. Und man muss sich immer vor Augen halten, das gute Stück hat 2,2 Liter Hubraum und dafür ist der Dampf, der rauskommt, sehr spektakulär. Also die Vorgabe war ja von Anfang an, dass wir Porsche Technik und auch Porsche Styling und Porsche Elemente in dieses Fahrzeug reinbringen. Wir haben also die Porsche Felgen als sehr dominantes Merkmal mit reingebracht und die roten Bremsen. Das war ja bei uns immer ein optischer Farbklecks, der zeigt, dass wir bei Porsche, ja, ich sag mal, die besten Bremsen haben, die verfügbar sind. Dann sind, wie man sehen kann, die Außenspiegel von Porsche übernommen worden. Da musste natürlich zum Beispiel ein neuer Spiegelfuß dafür konstruiert und hergestellt werden. Und vorne musste natürlich der Stoßfinger komplett umgestellt werden, weil wir da erheblich größere Lufteinlässe brauchen für die Kühlung und auch für die Ladeluftkühlung natürlich, um die Leistung zu generieren. Ja, dann können wir weitermachen beim Motor. Den haben wir natürlich, ich sag mal, von vorne bis hinten überarbeitet. Da sind neue Zahnräder für den ersten Gang drin, da ist ein neuer Turbolader drin, da sind größere Einspritzventile drin und so weiter. Also auch Kleinigkeiten, die hier alle überarbeitet werden mussten, sind dann auch mit Neuteilen dann natürlich gemacht worden. Ja, so haben wir dann durch viele kleine Farbkleckse, sag ich jetzt mal, einen Charakter in dieses Auto gebracht, was also die Familienzugehörigkeit zu Porsche auch erkennen lässt. Wie fühlt man sich, wenn man mit einer fast 30-jährigen Ikone und dem Gegenstück aus dem Hause Porsche unterwegs ist? Es war natürlich sehr ambivalent. 911er ist für mich Neuland. Bei Gefahren bin ich schon öfters in diesen Autos. Selber fahren habe ich noch keinen dürfen. Es waren ganz tolle Eindrücke. Für mich war natürlich der spektakulärste Eindruck, dass ich hier jemanden habe, den ich aus erster Hand befragen kann, den ich auch weiter löchern werde. Also von daher war es absolut faszinierend und es hat natürlich meinen Horizont gewaltig geweitert, sag ich jetzt mal, sehr pathetisch, weil dieses Antriebskonzept und alles, was vom Frontantrieb abgeleitet ist, läuft ja diametral entgegen zu dem, was bei Porsche mit Heckmotor, Heckantrieb kommt. Und von daher ist es ein Einstieg gewissermaßen in eine neue Welt. Also die Fahrt hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man merkt sofort, dass man mit dem Auto genauso viel Spaß hat wie damals, als wir ihn von der Rampe geschoben haben. Das ist einfach ein tolles Erlebnis und man kann sich mit diesem Auto im Straßenverkehr heute wirklich gut sehen lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.